Ich melde mich hier aus Erftstadt-Lippla, der Einsatzleitstelle im Rhein-Erft-Kreis aus dem Katastrophengebiet, aus dem Hochwassergebiet. Wir sind heute hier, um seinen Überblick über die Lage zu verschaffen. Wir sind vom Landesinnenministerium hierhin verwiesen worden, weil es hier zu größeren Schadensfällen gekommen ist. Und von hier wurde auch von den Toten berichtet und den einstürzenden Häusern. Ja, wir können ja im Moment feststellen, dass Unwetterlagen instrumentalisiert werden, auch politisch instrumentalisiert werden. Dabei möchte ich einfach mal daran erinnern, dass es häufiger Katastrophenfälle gibt. 1967 das Werratal-Hochwasser, 1993 das Rheinhochwasser, 2002 das Elbe-Hochwasser, 2007 hatten wir den Korillorgan und 2014, wir erinnern uns noch dran, das große Pfingstunwetter. Ja, wir können feststellen, dass diese Ereignisse politisch instrumentalisiert werden. Vorgestern Abend habe ich durch Zufall öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschaut, Maybrit Illner, eine Diskussionsrunde, wo überhaupt gar nicht kontrovers diskutiert wurde. Hier saßen fünf Personen zusammen, die alle der Meinung waren, der Klimawandel ist menschengemacht und führt zu solchen Unwetterlagen. Und hiergegen müsste dringend etwas passieren. Dem ist natürlich nicht so. Und ich habe irgendwann aufresigniert ausgeschaltet, wenn ein Karl Lauterbach über Wetter und Klima spricht, ein Dr. Eckart Hirschhausen, der sektenhaft damit beschäftigt war, den Zuschauern klarzumachen, dass er felsenfest davon überzeugt ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Ich sage dazu nur, das, was wir jetzt sehen, ist Wetter. Es gibt auch ein Klima. Das Klima ändert sich. Aber ob dieser Klimawandel menschengemacht ist, wage ich stark zu bezweifeln. Wir sind aber erst mal hier, um uns einen Überblick über die Lage zu verschaffen. So, wir stehen jetzt hier in Erftstadt-Blessem an der Bundesstraße 265. Und wenn wir hinter uns mal gucken, die ist voll mit Schlamm bedeckt. Da laufen die Bergungsarbeiten noch. Und man sieht, dass teilweise in einer Höhe von 5, 6 Meter noch Styropor liegt. Das heißt, der Wasserstand war hier noch deutlich höher. Wenn wir einmal auf der anderen Straßenseite gucken, da sehen wir das Hochwasser noch. Wir sehen hier Boote vom Technischen Hilfswerk und von der DLRG, die hier mit Bergungsarbeiten noch beschäftigt sind. Vom Pressesprecher des Kreises haben wir entfahren, dass die Situation sich hier langsam entspannt. Es sind Rettungskräfte aus der ganzen Republik zusammengezogen worden. Der Ort, in dem wir jetzt hier sind, ist komplett gesperrt, evakuiert. Hier patrouillieren Polizei und Militär. Der Bezirk ist komplett abgesperrt. Und wir fahren jetzt gleich weiter einmal zu der Abbruchkante, wo hier Häuser im Schlamm versunken sind. Wir verschaffen uns hier gerade einen Überblick über diese Situation. Es ist schon gespenstisch, was hier passiert ist. So, wir stehen jetzt hier an der Abbruchkante. Wenn wir hinter uns gucken, hier sind Häuser versunken. Da hinten floss die Erft. Und die Straße, wo wir gerade durchgekommen sind, war also fast mannshoch unter Wasser. Wir sehen hier die Schmutzstreifen an den Häusern von dem Wasser. Also das Wasser steht etwa so hoch. Wir sehen auch hier, es ist zwar ein bisschen sauber gemacht worden, aber Schuttreste, Unrat liegt hier immer noch in der Straße. Wie gesagt, die Ortschaft ist evakuiert, ist gesperrt. Und das Wasser hat hier massive Verwüstungen hinterlassen. Wir gehen jetzt hier nicht weiter, sind von der Polizei gebeten worden. Wir dürfen jetzt zwar rein, können uns das angucken, aber sind gebeten worden, hier nicht weiter zu gehen, um weder uns noch andere hier zu gefährden, weil man nicht weiß, inwieweit die Straße hier unterspült ist. Uns geht es darum, uns hier erstmal einen Blick von der Lage zu machen. Und was wir sehen, ist erschreckend und den Menschen hier muss geholfen werden. Es hat bei diesem kompletten Hochwasser inzwischen über 100 Tote gegeben. Unsere Gedanken sind bei den Toten, bei den Angehörigen. Und ja, es ist traurig zu sehen, was hier passiert ist. Und ja, es ist traurig zu sehen, was hier passiert.